Der Faschismus war ein Thema durch die Erfahrungen, die wir von den Emigranten aufnahmen. Wir haben ja in unserer Jugendgruppe öfter Emigranten aus Österreich oder aus Deutschland eingeladen, damit sie uns berichteten. Und wir wussten also schon vorher, bevor das Großkapital und die Generale der Nazi-Führungsklick die Macht zugeschoben haben, Hitler bedeutet Krieg. Das heißt, wir wuchsen also nicht nur hinein in den antifaschistischen Kampf, sondern auch in den Friedenskampf. Das war für uns eine einzige Sache, antifaschistischer Kampf und Friedenskampf. Und das setzte natürlich voraus, dass man aufklärend wirkt. Ich hatte nach meiner Jugendweihe, als ich aus der Schule kam, mein erstes marxistisches Seminar. Das ging dann natürlich weiter. Und da wurde den jungen Menschen, die sich dafür interessierten, das Grundsätzliche beigebracht, was jemand, der in der Arbeit der Bewegung Funktionär werden will, wissen muss. Also insofern waren es nicht nur praktische Erfahrungen, die reflektiert wurden, sondern wir hatten auch Seminare, mit denen wir lernten, uns mit den politischen Gegnern auseinanderzusetzen. Es war zum Beispiel damals Pflicht für einen Funktionär der sozialistischen Jugend, Hitlers Mein Kampf gelesen zu haben. Warum? Damit wir den Nazifunktionären, die das nicht so gut kannten wie wir, sagen konnten, was sind die eigentlichen Ziele. Die glaubten uns ja nicht, dass Hitler Krieg will. Wir hörten immer wieder, die sind doch nicht so blöd, dass sie allein gegen die ganze Welt gehen. Aber wir konnten zitieren aus Mein Kampf, dass die Eroberung neuen Lebensraums im Osten ein Hauptpunkt des narzisstischen Programms ist. Also wenn wir in der Auseinandersetzung mit den Nazis in Betrieben, in den Schulen, wo auch immer, die besseren Argumente hatten, dann hat es auf die Unentschiedenen schon eine Wirkung gehabt. Trotzdem wurden die Nazis stärker und stärker. Einmal durch die sozialen Probleme und andererseits, weil der reichsdeutsche Rumpfunk, der göppische Rumpfunk, einen ungeheuren Einfluss hatte. Viele Deutsche konnten nicht tschechisch. Aber die Sender, Königs Wusterhausen und Sesen, die beiden Nazisender, die hörte man sehr gut. Und diese Einflussnahme, in der soziale Probleme als nationale Probleme fälschlicherweise ausgegeben wurden, haben natürlich gewirkt, besonders als die Massenarbeitslosigkeit in den deutschen Gebieten wirksam war.